Giovanni Zarella, ein Name, der Musik- und TV-Show-Liebhabern in Deutschland nicht unbekannt ist. Der am 4. März 1978 in Hechingen geborene Sänger und TV-Moderator ist vor allem durch seine Rolle in der beliebten TV-Show, The Voice Germany, bekannt. Giovanni Zarella ist italienischer Herkunft und hat seine Karriere in Deutschland aufgebaut. Er begann seine Musikkarriere bereits in sehr jungen Jahren und erregte mit seiner emotionalen Stimme und Leidenschaft bei jedem seiner Auftritte schnell die Aufmerksamkeit des Publikums. Mit ihrer Karriere als Fernsehmoderatorin zeigt Zarella auch ihr Selbstvertrauen und ihre kreative Persönlichkeit. Das größte Highlight Zarellas dürfte jedoch seine Rolle in The Voice Germany sein. In dieser Show bewerten und wählen Trainer die Teilnehmer anhand ihres Gesangs aus, ohne ihre Identität zu kennen. Sie können nur auf der Grundlage der Stimme und der Leistungsfähigkeit des Teilnehmers urteilen. Und Zarella machte Schlagzeilen, weil er umstrittene Kandidaten in sein Team holte. Die Auswahl der Kandidaten ist nicht nur ein wichtiger Teil des Hostings, sondern auch eine Gelegenheit, außergewöhnliches Talent im Erkennen und Gestalten von Musik unter Beweis zu stellen. Zarella zeigte seinen Weitblick und sein Selbstvertrauen bei der Auswahl von Kandidaten mit Potenzial und Originalität, auch wenn es kontroverse Meinungen von anderen Trainern gab. Mit ihrem Selbstvertrauen und ihrem Talent hat Zarella in The Voice Germany unvergessliche Momente geschaffen, nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Teilnehmer und das Publikum. Er ist zu einem unverzichtbaren Teil der Show geworden und bringt Spannung und Einzigartigkeit in jede Staffel. Neben seiner Rolle bei The Voice Germany blickt Giovanni Zarella auf eine reiche und abwechslungsreiche musikalische Karriere zurück. Er hat viele erfolgreiche Alben und Singles veröffentlicht und tritt regelmäßig auf großen Bühnen im In- und Ausland auf. Mit ihrer besonderen Stimme und natürlichen Darbietungsfähigkeiten zieht Zarella stets die Aufmerksamkeit von Publikum und Experten auf sich. Giovanni Zarella ist nicht nur ein talentierter Sänger und Moderator, sondern auch ein Familienmensch. Er ist der Ehemann von Jana Ina Zarella, einem berühmten Model und Fernsehmoderator. Das Paar tritt häufig gemeinsam bei Veranstaltungen und Fernsehsendungen auf und vermittelt so den Eindruck einer glücklichen und eng verbundenen Familie. Mit seiner vielfältigen und erfolgreichen Karriere sowohl in der Musik als auch im Fernsehen hat Giovanni Zarella sein Charisma und seinen Einfluss in der deutschen Unterhaltungswelt unter Beweis gestellt. Er ist nicht nur ein prominenter Star, sondern auch ein Symbol für Vielseitigkeit und Kreativität in der Unterhaltungsindustrie. Am 4. Mai 2024 ging mit der Sonderveranstaltung Giovanni Zarella Show, eine mit Spannung erwartete TV-Show mit dem Auftritt von Top-Prominenten in die nächste Phase. Giovanni Zarella, der talentierte und bekannte Moderator der Show, begrüßte nicht nur sich selbst, sondern auch viele besondere Gäste. Zu den großen Stars, die an dieser Aufnahmesession teilnehmen, gehören Maite Kelly, die für ihr musikalisches und schauspielerisches Talent bekannt ist, und Sarah Engels, eine berühmte und beliebte junge Sängerin. Die beiden beschlossen, an diesem Abend ihr Talent durch Live-Auftritte auf der Bühne unter Beweis zu stellen, und so eine aufregende Atmosphäre für das gesamte Publikum zu schaffen. Doch das Unerwartete geschah, als Giovanni Zarella, der Gastgeber, nicht nur mit seinem Selbstvertrauen und seiner Professionalität, sondern auch mit einem nicht ganz so klugen Kommentar beeindruckte. Nach dem Auftritt von Sarah Engels auf der Bühne sorgte Giovanni für Schlagzeilen, als er die unglückliche Frage stellte, ist damit Maite Kelly gemeint? Diese Frage löste nicht nur bei Sarah Engels, sondern beim gesamten Publikum ein Gefühl des Unbehagens und der Überraschung aus. In diesem Moment schien nicht nur Giovanni, sondern auch die Atmosphäre während der Aufnahmesession gestört zu sein, und die Aufregung vor dem Auftritt der beiden Künstler ließ nach. Als Giovanni Zarella sah, dass seine Kommentare zu Missverständnissen und unerwünschten Reaktionen geführt hatten, gestand er schnell und entschuldigte sich für die Gedankenlosigkeit seiner Worte. Er erklärte, dass seine Absicht lediglich darin bestand, einen Raum für Gespräche und Diskussionen über darstellende Künste zu schaffen, wählte jedoch unangemessene und irreführende Worte. Während Sarah Engels einen kühlen Kopf bewahrte und klug mit der Situation umging, lobte sie auch Maite Kelly und würdigte ihre Kollegin. Sarahs Verständnis und Mitgefühl trugen dazu bei, die Spannungen abzubauen und zeigten, dass in einer unerwarteten Situation immer Respekt und Verständnis von entscheidender Bedeutung sind. Obwohl dieser Vorfall einiges an Ärger und unerwünschte Reaktionen beim Publikum und in der Mediengemeinschaft hervorrief, war er auch eine Gelegenheit für alle, sich bewusst zu machen, wie wichtig es ist, Worte mit Bedacht einzusetzen und sich der eigenen Wirkung auf andere bewusst zu sein. Durch diesen Vorfall lernte Giovanni Zarella auch eine wertvolle Lektion darüber, wie man in seinen Worten vorsichtig und verantwortungsbewusst ist und wie man mit Fehlern umgeht. Seine Aufrichtigkeit beim Eingeständnis und bei der Entschuldigung half ihm, das Vertrauen und den Respekt des Publikums und der Künstlergemeinschaft aufrecht zu erhalten. Aber vor allem Geduld, Verständnis und Selbstachtung in jeder Situation müssen wir jeden Tag beachten und üben, nicht nur im Bereich der Kunst, sondern auch in unserem täglichen Leben. Weit wurde Nirvana schnell zur heißesten Rockband weltweit. Doch nicht jeder strebte nach einem Stück ihres Erfolgs. Cobain rang mit dem plötzlichen Ruhm von Nirvana, wie sich zeigte, als er sich bereit erklärte, beim International Pop Underground Festival in Olympia aufzutreten, nur um eine Ablehnung zu erfahren. Diese Zurückweisung ließ Cobain verwundet zurück und fühlte sich von einer Szene entfremdet, die ihm einst sehr am Herzen lag. Nirvanas meteorhafter Aufstieg veränderte über Nacht ihren Status, doch gewisse Aspekte von Cobains Wesen blieben unverändert. Die Zerstörung von Ausrüstung bei Live-Auftritten wurde zu einem Markenzeichen von Nirvana, lange bevor das Video zu Smells Like Teen Spirit gedreht wurde. Chris Novoselic führte diese Praxis auf Frustration mit ihrem früheren Schlagzeuger, Chad Channing, zurück, der oft bei Auftritten Fehler machte. Novoselic und Cobain führten diese Praxis fort, um ihren Abgang von der Bühne zu beschleunigen, auch wenn es gelegentlich zu Problemen führte. Nirvanas Tour, die vor ihrem Durchbruch gebucht wurde, bedeutete, dass die Veranstaltungsorte nicht auf den Ansturm von Fans und den sich verändernden Status der Band vorbereitet waren. In einem Fall sprang Cobain ins Publikum und geriet in eine Auseinandersetzung mit einem überschwänglichen Türsteher. Die Auseinandersetzung eskalierte und kulminierte darin, dass der Türsteher versuchte, sich an Cobains Auto zu rächen, was die Band nur knapp vermied. Anfang 1992 gab Nirvana ihr Debüt in der Saturday Night Live, was während des Abspanns einen Skandal auslöste. Chris Novoselic und Dave Grohl verwickelten sich in eine Kussszene, der später auch Kurt Cobain beitrat. Der Produzent von Saturday Night Live, Lorne Michaels, entfernte die Aufnahmen aus späteren Ausstrahlungen. Geplant war ein Auftritt in Buenos Aires im Jahr 1992, bei dem Nirvana mit ansehen musste, wie der Eröffnungsakt, Calamity Jane, mit Schlamm und Flaschen beworfen wurde. Cobain erwog, abzubrechen, aber Novoselic entwarf eine provokante Antwort das Publikum mit vertrauten Riffs zu necken, bevor sie zu weniger bekannten Liedern übergingen. Trotz der erwarteten Empörung betrachtete es Cobain als eine seiner denkwürdigsten Erfahrungen. Ende 1991 waren Cobain und Courtney Love unzertrennlich. Am 24. Februar 2019-92 gaben sie sich in Hawaii das Jahrwort, die Braut trug ein Kleid, das einst Frances Farmer gehörte, und der Bräutigam entschied sich für Pyjamas. Trotz Warnungen von Freunden versprachen Cobain und Love ihre Bindung, verbunden durch gemeinsame Interessen an Musik- und Substanzmissbrauch. Nirvanas schneller Aufstieg zum Ruhm entfaltete sich mit unterhaltsamen, aber zerstörerischen Shows und Humor wollen TV streichen. Doch hinter dieser Fassade verbarg Cobain ein dunkles Geheimnis, das bald aufgedeckt werden würde. Nach dem berüchtigten Auftritt in der Saturday Night Live überdosiert sich Cobain mit Heroin, einer Gewohnheit, die mit der neu gewonnenen finanziellen Freiheit eskalierte. Mitten in seinem Kampf gegen die Sucht sah sich Cobain einer weiteren Herausforderung gegenüber der Schwangerschaft von Courtney Love, von der sie lange Zeit nichts wusste. Entschlossen, die Sucht für ihr ungeborenes Kind zu bekämpfen, begaben sich das Paar auf eine schwierige Reise, sich der Stimme zu erinnern. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020